Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Baldur's Gate 3. Ja, die letzte Episode war recht interessant mit der kleinen Bootsfahrt, die man nicht machen hätte dürfen, weil wir erstmal die Stiefel besorgen sollen und genau das werden wir heute auch mal machen. Ich habe mir auch schon mal angesehen, wo das ist und zwar ist es hier oben, die vermissten Stiefel. Und ich glaube, wir müssen irgendwo hier so rauf, weil hier sehe ich eigentlich keinen Weg dorthin, eventuell da. Aber ich würde sagen, wir gehen hier rauf, weil das haben wir noch nicht entdeckt und das wird jetzt auch erstmal unser Task sein. Ich bin mal gespannt, was wir da so treffen werden. Also liebe Leute, wir gehen mal hier rauf bitte. Und das scheint schon das zu sein, wo wir hin müssen. Kommt ihr? Sehr gut. Und ein Händler wäre auch nicht schlecht, weil ich habe jetzt mal ins Inventar reingeschaut. Wir sind ein bisschen voll. Ich will meine ganzen Ramsche weg haben. Beziehungsweise wir können ein bisschen was verstauen. Der ist sogar leer, der Rucksack. Da ist das Essen drin. Ah, da geht nichts mehr rein. Dann machen wir es also da rein. Okay. Sind alle da? Nochmal da lang. Hier lang? Kommt wir da rauf? Das ist die Sporendinge hier. Das sieht doch hinterher halt aus. Oder auch nicht. Gut. Ähm. Da lang. Hä? Du bist durch ein Chorus turbulenter Musik gebetet. Durch eine Kreatur singt viele Vögel. Oh. Die Harmonie von einem gesamten Kollektiv. Guten Tag. Warum ist er so dunkel? Der Chorre schlägt. Eine einzige Melodie riecht über die anderen. Rassi und Kommandei. Ich bin Soverein. Du siehst eine Vision. Your lifeless body wrapped in fungal Tendrills. The Soverein is threatening you. Ey, wir haben... Ähm... Wir suchen eigentlich nur Stiefel. Ähm... Ne, ich will jetzt erst keinen Stress mit denen. Ähm... Mh... Ein paar Vorteile. Probieren wir es mal. Fünf. Ja, das können wir eigentlich nicht verlieren. Yes. Nice. Yes. Nice. You detect a distinct quiver in every note. These creatures have experienced recent tragedy. Ich will doch nur meine Stiefel haben. Jeden muss man hier helfen. Ist schlimm. Ähm... Ja, komm ich nur mal mit. Fungal roots weave through your mind. Seeking your true intent. Then the sovereign drones a new melody. Cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The sovereign expects you. Okay. Und beholen... Warum war das nicht mit uns? Wie sind die? Ähm... Woher war das mal da unten? Ö-geeh. Äh? Ist er? Oh. Okay. Oh, die kann man angreifen. Susser-Blüte. Antimagisches Susser-Feld. Ja, vielleicht nicht angreifen. Oh, ja. Stetliche Dämpfe. Okay, das machen wir hier mal alles kaputt. Oh, das auch noch bitte. Und das hier. Öh. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt hier dann verschwindet. Abgetren... Warum ist hier einfach mal so ein abgetrennter Arm? Alles klar. Oh, komm. Dämpfe, ich bieg jetzt weg. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich mir jetzt den Weg versperrt habe. Und das bleibt jetzt hier. Ähm. Ähm. Was bist du? Okay, da konnte man auch noch runter. Okay. Ähm. Ich bin ja nicht hier runter. Kann ich? Oh ja, ich kann. Okay. 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 Sollen wir hier abrund kriechen? Nö, das bitte. Yes. Oh. Okay. Das. Sollen wir mal in die Luft springen. Da komm. Ähm. 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 Oh oh. Ähm. 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 Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Irgendjemand hat es da hinten nicht erwischt. Ähm. Ähm. Ja. Andererseits hat es uns jetzt nicht erwischt. Oh ja, da ist derjenige. Elen. Was ist denn so schön? Schriftrolle, Unsichtbarkeit, Messer, Seil. Ah, ich händle das mit. Okay, das, äh. Mal nicht meine Absicht. Äh, wo sind jetzt die, die, die Spornleute? Geht's ja nicht weiter hier. Ah, so ein Abgrundkriecher. Das was, das nehmen wir hier mal mit. Äh, okay. Oh ja. Gehen wir mal mit. Irgendwie dieser kleiner Altar hier. Gut. Ähm. Sonst, hier geht's auch nicht weiter. Äh, aber wo sind denn diese Spornmenschen gewesen? Hier geht's ja auch nicht weiter. Äh, oder wir müssen dahin, wo das jetzt komische Vieh war. Das können wir jetzt nochmal ausprobieren. Wir sollten eigentlich mal eine Rast machen. Wir haben keine Zauberpunkte mehr. Soll ich das anfassen? Ich speichere mal ganz kurz. Äh, speichern. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das finde ich jetzt aber gerade ein bisschen dämlich. Wie krieg ich das jetzt wieder weg? Äh, das ist jetzt ziemlich schlecht. Aber stimmt schon. Sie sollte... Ja, fuck. Äh, kommt's. Wir gehen mal da runter. Hackenschrecken. Oh. Und es geht los. Äh, Schenkelschuss. Sieht aus auf der normalen Reichweite. Komm, wir gehen mal runter. Fuck, wir haben kaum Magie mehr. Äh. Und Feuer. Critical Hit. Nee, geht nicht. Was aber hier noch? Wachsamkeit. Nee. Ah, runter. Was aber hier schön ist. Hm. Hm, hm, hm. Ja, komm. Noch mal sechs. Wir machen das gerade noch mal. Ähm. Und du dich mal heilen, bitte. Okay. Zu fänden. Scheiße, ich hab kaum Magie mehr. Aber ich... Hab es hier noch. Immer runter. Ach, shit. Die dürfen nicht in meiner Nähe sein. Ähm. Hm, so. Machen wir den hier mal. Scheiße. Komm, Schaden. Äh. Gehen wir ein bisschen nach hinten. Gut. Yes. Was machen wir? Komm, ich komm eh auch nicht hin. Gebrochen der Schuss. Fisch ab. Cool. Das hat's gebracht. Gehst du schon mal runter? Perfekt. Yes. Ist nicht so gut. Au. Zerfleischen. Komm. Yes. Und benommen. Perfekt. Äh. Geben wir ein Angriff sofort. Bewerfen auf Heimlichkeit. Abbild beschwören. Ja. Du gehst eins nach oben. Oh, nein. So. Umwerfen. Hm. Könnten das noch mal probieren. Ja, komm. So, wir müssen hier mal ein bisschen weg. Äh. Zug. Geht. I guess. Äh. Zerfleischen. Spalten. Rücksichtsschlusser Angriff. Ja. Okay. Cool. Auf 10 unten. Aua. Ja. Wir machen... Da. Mit dir einmal. Danke. B-Schlag. Geil. Looten. Hm. Geh mal hin. Hast du einen Trank mit dir? Nee, du hast keinen Trank. Ah, wir brauchen, glaube ich, wirklich... Wir brauchen wirklich mal eine... eine Rest. Da hinten ist noch mal... So ein Siegel. Und da oben haben wir noch... Ach. Ah, Mann. Oh, das sind gleich mehr. Piro, der vergesse, ne? Er ist da oben. Er ist auch da oben. Ja. Scheiße. Machen wir dich mal resistent. Geh mal nach hinten. Zug beenden. Wir... Scheiße, das sind noch mehr. Wir sollten eigentlich auch ein bisschen Abstand halten. Krieg ich dich da? Nee. Gut, Zug beenden. Yes. Komm, hier rauf. Fürs Erste. Oh, holst... Holst du jetzt Freunde, eh? Is calling for backup. Might even the odds. Probier's. Geh schlag. Shit. Gut. Was mach mal? Was mach mal? Was mach mal? Äh... Ähm... Hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm. Komm. Scheiße, ich habe nur 5 Schaden. Ich kriege ein Bewegungsrate. Komm, gehen wir weiter nach Brune. Shit, ich muss da recht nah kommen. Ja, komm. Geh drohlich ankämpf. Fernkampf. Geil, kritisch. Oh, das ist vielleicht nicht so gut. Yes. Scheiße, wir haben jetzt da oben nochmal. Ach, scheiße. Oh, wir sind tot. Äh... Echt schlecht. Hm-hm-hm-hm-hm-hm. Es ist... Na komm, wir gehen auf ihn. Geil. Und dann können wir ihn vielleicht auch noch stoßen. Geil. Er ist tot. Einer weniger. Shit. Was machen wir jetzt? Was machen wir? Was machen wir jetzt? Als Bonus-Action. Sechs. Ähm... Machen wir uns selber jetzt mal resistent. Und... Warten erstmal. Was machen wir? Blutung. Was machen wir? Was machen wir? Ja. Das ist ein critical fail hier. Scheiße. Ja, war ein fail. Das werde ich, glaube ich, echt nicht überleben. Was machen wir? Spalten. Ne, komm. Ich werde nicht mehr verlieren. Ja, zweimal Blutung. Geil. Das... Ne, das wird nichts mehr hier. Fuck. Ich glaube, wir werden laden. Es ist auf vier. Ne. Ne. So eine Scheiße. Ja, komm. Finisher. Okay. Ähm... Die Party ist damit gefuckt. Du tut es. Die vier schon mal sehr gut. Aber die zwilbern heute auch so mega. Ja. Liebe Leute. Wir laden da nochmal. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder da. Genau da, wo ich gespeichert habe. Und... Ja, das da unten haben wir schon in die Luft gejagt. Das da... Passe ich jetzt nicht mehr an. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal diese Long Rest und gehen da nochmal runter. Und dann sind wir hoffentlich ein bisschen vorbereitet. Und schauen wir mal, was wir da oben da so finden. Also, einmal zum Lager, bitte. Uh... Nice. Das gefällt. Okay. Das ist wirklich ein nettes kleines Lager hier. Okay. Ich möchte jetzt auch... Ehrlich gesagt, gar nichts ablegen oder so. Wir gehen jetzt mal direkt schlafen. Und gehen weiter. Äh... Yes, please. Ach, das war ja klar. Ähm... Okay. Es ist irgendwie beängstigend, dass die Leute einfach bei uns auftauchen können. Aber gut. Wie willst du mir Spari helfen? Willst du sie zum Einschlafen bringen? Äh... Ja, eigentlich... Ja. Ja, Nummer zwei. Ich will dich erst mal nicht mitnehmen. Oh, das ist wunderschön. Okay. Da fehlt der Töne. Ich werde dich nicht unterlassen. Ich versuche es. Werden wir sehen. Sag mal, Trüte. Willst du jetzt mal mit uns mitgehen? Willst du dich mal mit uns mitgehen? Ja. Ähm... Wird ein Karp-Ziol. Schade. Okay. Dann... Auto ausfüllen. Und lange rasten. Los geht's. Oh! 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 Uh-oh! Oh, oh. Äh. Wir haben Serious? Ein kleines Problem, glaube ich. Ähm. Okay. Ja, ich würde sagen, das probieren wir jetzt mal. Shit. Zwölf. Oh, Gott sei Dank. Ja. Mal schauen. Ja, okay. Ein Fail. Oh, das hat keiner mitgebracht. Und das ist auch noch so ein Kreis runterrum. Ja, das sollte man, glaube ich, echt mal rausfinden. Die Fragen, welcher Fluch in deinem Herzen steckt, dass du im Schlaf tötest, an etwas anderes denken. Kopieren wir es mal. Mmh. Kopieren wir es mal. Äh, Heimlichkeit. Versuch nicht gleich hier zu verstecken. Habe ich da einen Vorteil? Na. Ähm, ja. Oh scheiße, zwölf. Und dann auch noch minus eins. Ja, okay, das hat nicht funktioniert. Das wird jetzt, das wird jetzt sehr spannend. Ähm, aber das würde ich gerne nochmal neu probieren. Ich krieg dich eins. Nochmal. Jo, es soll einfach nicht sein. Scheiße. Das wird jetzt ziemlich awkward. Ja, mach doch wenigstens die Hände sauber. Ähm... Ich glaube, wir müssen die ehrlich sein. Ich glaube, dass ich sie getürtet habe. Ja, komm. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich wachte auf und sie wird... Ja, das ist... Ja. Das ist klar. Das ist klar. Ja. I'll be watching. An uneasy feeling lingers in the air as the Inquisition departs. You are left alone with a familiar headache. Hm, die beste Kontrolle erlangen und die nächste Unschuldige retten, Tiefdummen. Du musst die Ursache deines Einbruchs herausfinden, damit es sie nicht wiederholen kann. Nur eines bereitet dir noch mehr von deinem Assessment, um damit davon zu kommen. Ja, auch wenn ich auf Böse bin, ich würde ja schon gerne wissen, was es ist. Und dass ich es auch selber kontrollieren kann und einsetzen kann, wenn ich das will. Wenn du nicht bald ein Licht findest. Okay. Okay, wir gehen jetzt einfach mal, würde ich sagen. Ja. Gut. Oh mein Gott. Ah, scheiße. Ich hätte das Ding kaputt machen sollen. Umverstecken. Oh, fuck. Ja, das war jetzt nicht so geil. Schenkelschuss. Hat nichts gebracht. Geh mal runter. Jo, geil. So, was machen wir denn bei dir? Bedrohliche Angriff nahe kampft. Jo, komm. Yes. Ähm, und nochmal hinterher. Das war ein Fehlschlag. Das andere behalte ich mir noch. Ähm. Was machen wir da? Die alle im Wirbel angreifen. Ja, komm. Sehr gut. Ähm, wir gehen auf die Seite. Was ist denn du da? Offener Bereich, Zustand, versteckt sich in dem Nichtverstehungreich. Okay. Kannst du? Ja. Geil. Ähm. Oh, warte mal. Kampfrausch. Nein, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Und. Fertig. Verängstigt. Geil. Was machen wir? Hm, hm, hm. Zerfleischen. Komm. 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 Nice. Läuft. Äh, bedrohliche. Aktion. Ja, geil. Gut. Ähm. Wie schauen wir denn mit den Tränken aus? Lass uns mal kurz schauen. So ein Rucksack. Falscher Rucksack. Weiß Rucksack. Ich kann nicht Tränke? Kann ja fast nicht sein, oder? Doch einen habe ich. Ähm. Ich werde jetzt da gerade nochmal speichern. Na, Spielstand. Und eventuell ziehen wir mal den einen ein bisschen weg, dass der nicht zukommen kann. Wir werden jetzt nochmal alle verstecken. Ja, der ist da schön am rumfressen. Kommt aber auch anders nicht vorbei. Da muss er schön außen rum gehen. Ziel, außerhalb der normalen Reichweite. Na, Scheiße. Da oben ist auch einer. Scheiße. Das ist schlecht. Gut. Wir gehen nach hinten. Dann schlecht. Oh-oh. Ähm. Das muss zünden. Scheiße. Dreck. Au. Oh-weia. Ähm. Bodenvorsachen. Komm. Yes. Schild des Ganzen stößt in der Kreatur vor Angriff. Höchstrüstungsfassion. Zwei. Ähm. Ähm. Heilen. Rufe zwei. Sie. Sehr gut. So. Einmal hier voll rein. Sehr gut. Boppel der Aktion. Scheiße. Fehlschlag. Und heilen. Oh, shit. Jetzt ist er noch da oben. Shit. Okay. Rage Mode. Gut. Und. Ist das eine Bonusaktion oder Aktion? Scheiße. Aber ich muss ihn mindestens einmal hauen jetzt. Ähm. Rücksichtslos. Und kann ich dich... Ich kann dich nicht mehr stoßen, ne? Das ist eine Bonusaktion. Ähm. Scheiße. Und wir haben einen Toten. Ah. Und er kommt natürlich auch. Ach man. Das kann es doch nicht sein. Ah. Scheiße. Ähm. Ähm. Zu schwer zum Stoßen. Also es wäre sowieso nicht gegangen. Heilen das Wort auf dich selber, bitte. Oh. Das wird nix. Die zwirbeln halt ein bisschen ganz tolle. Nee. Ja. Wieder tot. Und er kommt. Ähm. Ich glaube... Die sind... Ganz bisschen zu stark. Ja. Ähm. Ja. Ich würde sagen... Das ist ein... Kritischer Fail. Und das dreifach. Den ersten Kampf de facto verloren. Den zweiten... Jetzt hier auch. Und... Dann... Haben wir auch noch jemanden umgebracht. Ja. Ich glaube... Hier rein zu ratschen... Mit der Gruppe... Ist nicht ganz... Ne... Die gewesen. Ähm. Ja. Ich glaube... Da bleibt uns nichts anderes über. Das ist noch mal nahrt. Ähm. Ähm... Ich muss vermutlich das mit dem Lager nochmal machen. Und dann sehen wir uns draußen wieder. Und dann gehen wir einfach mal woanders hin. Sofern wir irgendwo anders hingehen könnten. Wir wollten ja eigentlich nur diese blöden Stiefel haben. Oh Mann, ey. Das ist schlimm mit meiner Gruppe, ey. Gott sei Dank kann man laden. Oje. Also. Bis gleich, liebe Leute. So, da bin ich wieder. Und ich habe das doch mal für mich versucht, den Kampf zu machen. Und das hat funktioniert. Mit zwei Short Rests dazwischen. Und... Ähm... Ja. Area ist jetzt hier gecleared. Da oben war nix. Wobei... Da ist eine Holzkiste. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht gelootet. Da war halt noch Fleisch. Und der Kampf ging dann richtig gut. Aber... Es ist dann... Der hier auftaucht. Da war der hinten, wo ich gerade war. Dieser Landhai. 125 Leben. Der ist dann zwischenzeitlich immer abgehaut. Dann war er halt weg. Und ist jetzt da unten nochmal aufgetaucht. Und die haben tatsächlich killen können. So. Schauen wir mal in die Kiste. Da ist ja gar nix drin. Große Flasche, Flasche, Flasche. Da ist noch eine Kiste. Handtücher. Ne. Und das Schöne ist... Ähm... Er hat dann auch... Also das ist ein Landhai. Eine Schaufel gedroppt. Sprich, wir können dann endlich mal diese Erdhaufen aufmachen. Äh... Aber wir brauchen eigentlich nochmal eine Rest. Weil ich hab auch keine Tränke mehr. Wir brauchen eigentlich einen Händler. Ähm... Alles ein bisschen suboptimal. Ähm... Und Tränke können wir auch nicht herstellen momentan. Also wenn ich jetzt mal gerade mal reinschaue... Wo war das? Zauberbuch oder war das Alchemie? Ähm... Wie war das? Gegenstand? Wie war das mit Alchemie nochmal? Ähm... Nevermind. Ja, ähm... Was noch aussteht... Ist... Die komischen Pilzwesen, die mit uns da... Geredet haben oder Sporen. Wie auch immer. Keine Ahnung... Wo die sind. Dann hat sich ja noch zu kommen diese... Sussoalblüten da. Ich weiß nicht, ob man die zerstören muss. Vielleicht ist genau deswegen... Das Gespräch mit dem König angesagt. Wo waren die? Das Gespräch war irgendwo hier. Äh... Ah... Wow. Ja, okay. Dann gehen wir mal nach drüben. Das habe ich nicht gesehen. Und... Doch. Oh. Okay. Was? Es sieht so aus wie das Viech, was da unten war. Nur halt jetzt mit... Sporen. Okay. Die haben sie... War das vermutlich irgendwie Menschen oder so? Was jetzt die Sporen da für sich eingenommen haben? Ja... Ich möchte ungern so... Oh, da ist sogar... Da ist sogar jemand, was normal ist. Und auch. Ähm... Ja. Dann haben wir getroffen. Äh... Aber nicht so, wenn wir wollten. Der... Ja. Intraff entfällt. Tödliche Pilze. Ja. Ja. Wartlos old fool. He has one bleeding job. Mmm... Ja. Collecting noble stock. Valuable mushroom. We have a shop in Baldur's Gate. The locals go mad for it. Not no more though. I've yet met an ailment who couldn't help. Baldness, blindness, poison, piles, and best of all... It cures my dangerously underweight purse. Okay. I'll find my way out. No point hanging around this den of misery. Ja, sorry, deswegen, ne? Da ist sogar eine Hütte da oben. Okay. Gehen wir mal weiter. Siehen aber schon geil aus. Oh, da ist noch jemand. Oh, could they accomplish. Ist das der König? Uh, Wicken. Oh, Händler! Finally! Ah, a visitor. You're a welcome sight. But let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull. The spores connecting mind to mind. Blurg. Proud member of the society of brilliance at your service. Oh, perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Find ich sehr gut. Äh, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Brauch'ma nicht. Das behalte ich mir. Brauch ich nicht, brauch ich nicht. Oh ja, weg damit, weg damit. Das behalte ich. Tintfass brauche ich auch nicht. Teller auch nicht. Ach, ich weg damit. Tagebuch brauche ich auch nicht. Näh, weg damit. Äh, alle Flaschen bitte. Danke. Ausrüstung weg. Und das brauchen wir auch alles nicht. Äh, was bist du? Ach so, ne, Fackel. Kapstab auch nicht. Die Trisette, das behalte ich mir. Den ganzen Rest auch. Äh, was hast du? Tränke. War alles bitte. Hm. Wenn du dagegen verbrennst, da hältst du zwei Züge lang Hitze. Lebenslader, wenn der Träger Blitzladungen erhält, bekommt er auch drei Temperaturen Treffepunkte. Das ist auch geil. Dann ist erster Stab. Hm. Irgendwann, das wird durch schwieriges Gelände nicht beeinträchtigt. Das finde ich aber irgendwie geil. Welche Geschosse verschieße einen zusätzlichen Wurfpfeil, wann immer du magisches Geschoss wirkst? Nö, das brauche ich nicht. Okay, Angebot ausgleichen. Und tauschen. Sehr geil. Äh, was hast du noch so? Äh, das lassen wir mal. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Streitkolben, auch nicht. Ausgleichen. 66. Tauschen. Hast du noch irgendwas, was... Äh, ja, geht. Danke, Stiefel. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Komm mal. Weg damit. Tauschen. Und du hast nichts Spannendes dabei. Okay. Interessant. Handeln, tauschen. Ich denke mal, das war's. Cool. Wir haben einen ganzen Schrott losgeworden. Jo, viel Spaß dabei. Gut. Ähm, ich würde sagen, sind wir schon wieder an der Zeit, sind, machen wir hier erstmal Pause. Es war... Oh, weg, 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 weg. Es war dezent katastrophal. Äh, und ich hab mal wieder laden müssen. Es war nur ein interessanter Kampf. Schade, hab ich's nicht aufgenommen. Ähm, wirklich gebracht hat es uns aber nix. Und... Vorm nächsten Kampf sollte man irgendwie... ...ne Rest machen. Und, ähm... Zweiter Händler wäre noch geil. Bezüglich Tränke. Ja. So der Status. Wir brauchen wirklich viel mehr Tränke. Vier haben wir jetzt. Können wir dann wieder aufteilen. Beziehungsweise das kann ich eigentlich gerade jetzt machen. Die... Tränke... Da. Erfteilen. Doppelteilen. F2. Kriegst... Du erst mal zwei. Okay. Wenn's euch gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Hier im Baldur's Gate. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabucha. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.